663 Zuschauer, der Hype nach der EM hat hier noch nicht so ganz zugeschlagen. Aber jetzt schlägt Demakuse zu mit Amira Afaui, der Anschlusstreffer. Einmal kurz der Blick und dann der perfekte Ball auf Afaui und die ist dann total abgezockt. Köln ist ein bisschen offen dahinten und die nächste Chance und das nächste Tor. Mart gemerkt, zwei Laura Freigagen, die ist jetzt on fire, die will ihr Tor. Jetzt ist es da. Alles freigegeben, Weiß gegen Borbe, Borbe hält! Klasse Parade! Safe des Tages! Anneke Borbe fischt den raus, der war gar nicht so schlecht geschossen. Schau mal, ob es hier spielerisch gleich die nächste Aktion wird. Matthias, die hat sich verdient und die macht hier das 1 zu 0. Mit die stärkste Spielerin auf dem Feld. Ein bisschen Glück hat sie, dass der Ball hier kommt. Aber vielleicht auch so das Glück der Tüchtigen. Und klasse Anschluss und noch bessere Parade! Laura Sieger fischt den da aus dem Winkel. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport. Wann Qui Gamer fez der Wand von Bolsonaro! Leute ratieren, doch!